Hallo und willkommen zu diesem vierten Teil der Küstrin Reihe von mir. Heute gibt es mal ein reines Hörbuch und das Hörbuch handelt über das Leben des Markgrafen Hans von Küstrin mit dem der Aufstieg Küstrins zur Festungsstadt begann. Viel Spaß dabei. Lebensgeschichte des Markgrafen Johannes von Brandenburg Landesfürst in der Neumark zu Küstrin geschrieben von Wilhelm Gabriel Wegner Zöllichau 1827 Johannes Markgraf von Brandenburg oder wie er sich selbst unterschrieb Hans Markgraf zu Küstrin mit dem Beinamen der Weise und Strenge oder auch das Auge Deutschlands war der jüngste Sohn des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg. Er wurde in dem kurfürstlichen Lustschloss zu Tangermünde am 3. August 1513 geboren, hatte also mit unseres jetzt regierenden König Majestät einerlei Geburtstag. Der Hofastrologe Karion hatte aus der Konstellation seiner Geburtsstunde und Minuten entnommen, dass der Genius des jungen Prinzen Bad Fitiadel heiße. Ein guter Genius war ihm freilich sehr nötig, um ihn durchs Leben zu leiten. Denn sein Leben fiel in jene große Zeit, wo der Kampf des Papstes um die Alleinherrschaft über die Geister und zugleich der Kampf des Kaisers um die Alleinherrschaft in Deutschland, fast ganz Europa in Bewegung sitzte. In einer Zeit, in welcher so viele talentvolle und ausgezeichnete Männer in fast allen Fächern des menschlichen Willens und Tuns hervorleuchteten, dass sie zu den denkwürdigsten und folgreichsten Perioden der Geschichte gerechnet wird. Und unserem Margrafen war es beschieden von Anfang an, als Knabe, Mann und Greis, ein Zeuge dieser großen Begebenheiten und Aufregung der Geister zu sein. Ja, er hat durch geräuschloses Einwirken auf den Gang und Ausgang der Dinge vorzüglich aber auf das Schicksal der Protestanten bedeutenderen Einfluss gehabt, als sie Geschichtsbücher bemerkbar machen, welche ihm eine nur untergeordnete Rolle beilegen. Wurde er nicht schon als achtjähriger Knabe mitten unter die Hauptperson jener Zeit versetzt, als der Kurfürst, sein Vater, ihn und seinen 16-jährigen Bruder Joachim 1521 mit sich auf den merkwürdigen Reichstag zu Worms nahm, wo Kaiser Karl V. und die angesehensten weltlichen und geistlichen Fürsten Deutschlands in Personen versammelt waren, um den bereits vom Papst der exkommunizierten Luther zu hören und zu richten? Welchen Eindruck auf das junge Gemüt muss diese glänzende Versammlung und das heldenmütige Auftreten eines Mannes gemacht haben, dessen Angesicht zu schauen Tausende nach Worms geströmt waren? Nach dem Wunsche und Willen des Kurfürsten sollte wohl durch diese Reise nach Worms den jungen Prinzen Luthers Opposition gegen die päpstliche Übermacht recht gefäßigt werden. Er sollte ihnen da als ein verdammungswerter Ketzer erscheinen. Denn Joachim I. war mehr als irgendein weltlicher Fürst Deutschlands, selbst den Herzog Georg von Sachsen nicht ausgenommen, von dem römischen Papster ergeben. Doch wie hätte der Hass und Zorn des Vaters das Herz der Söhne zur Feindschaft gegen eine Sache bewegen können, welcher so viele Fürsten und berühmte Männer, die sie in Worms sahen und hörten, mit warmer Liebe anhängen? Und waren nicht unter diesem vor allem ihr eigener Großurheim, der allgeachtete Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise, der mit ihnen und ihrem Reisegesellschafter und Cousin, dem 18-jährigen Prinzen Christian von Dänemark, so freundlich sprach? So wurden schon in Worms unabschaltbare Lichtfunken in die Seele unseres jungen Magrafen geworfen. Diese mussten freilich 14 Jahre lang glimmen, weil Joachim I. so lange erlebte, die Reformation vor eine gottlose Neuerung hielt und erklärte. Sie konnte aber umso weniger erstickt werden, da sie durch die Kurfürstin Elisabeth, seine Mutter, immer stärker angefacht wurden. Jede fromme und tugendhafte Mutter, welchem Luthers beschriften, begierig las und in ihren Religionsansichten von ihrem Bruder, dem vertriebenen König Christian II. von Dänemark, welcher sich eine Zeit lang bei ihr in Berlin aufhielt, bestärkt wurde. Sie, die unseren Magrafen vorzüglich liebte, flößte ihm reinere Religionsideen und eine solche Abneuerneigung vor dem römischen Kirchentumer ein, dass er, wo irgend möglich, sich wegschlich, wenn er mit seinem Vater und Schwager Georg von Sachsen in die Messe gehen sollte. Bei dem auch noch durch anderweitige Ursachen entstandenen und unterhaltenen Zwiespalt zwischen Vater und Mutter hatte er als Knabe und Jüngling die schwere Aufgabe zu lösen, wie die Liebe zu einer vortrefflichen Mutter mit der Liebe und Achtung, die er dem Vater schuldig war, zu verbinden sei. Und er hat diese Aufgabe auf eine rühmliche Weise gelöst. Sein Fleiß in der Lernung von Sprachen und Wissenschaften, in welchen er durch den großen Juristen Rademann und den Magister Meissner unterrichtet wurde, gefiel dem Vater, der die Wissenschaften liebte und zu sagen pflegte, Literatum Principem, Silem Esser Asino Coronatum. So blieb er beiden gleichwert. Und wenn er sich durch die Weisung der Schrift, durch Stille sehen und hoffen, wählt ihr stark, leiten dies eine Weisung, die ihm durch sein ganzes Leben zur Richtschnur diente, die er zu seinem Wahlspruch wählte und sogar seinen neumärkischen Talern als Umschrift mit den Worten einprägen ließ, in Silencio et spe fortitudo mea. Als daher die unglückliche Mutter, weil sie sich 1528 in Spandau öffentlich zur evangelischen Kirche bekannt hatte, vor dem Zorn ihres Gemahls nach Sachsen zu ihrem Ohrheim, dem Kurfürsten Johann dem Verständigen, flüchtete, so erlaubte der Gemahl dennoch den Söhnen, besonders unseren Magrafen, sie zu weilen in Lichtenstein an der Elbe zu besuchen, wo denn der junge Fürst öfters Gelegenheit hatte, mit Luther und Melanchthon sich zu unterhalten. Hier war ihr ein Schloss angewiesen, wo sie Luther zuweilen bei sich sahen und ihn noch öfter in Wittenberg besuchte, ja sogar drei Monate in seinem Haus verweilte, um seines und seiner Freunde Umgang zu genießen. Auch war unser junger Maggraf im 18. Jahre persönlich auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 zugegen, wo die Protestanten in ihrem von Melanchthon geschriebenen Bekenntnisse darlegten, dass sie von der wahren Kirche keineswegs abgewichen wären. Der Kurfürst Joachim I. starb 1535. Nach seiner testamentarischen Verfügung erhielt Joachim II. die Kurmark und unser Maggraf, damals 22 Jahre alt, die Neumark, samt den Landen Sternberg, Cottbus und Peiz und den Einkünften der an Brandenburg verpfändeten Lande, Grossen, Züllichau und Sommerfeld. Zwar hätte, wenn es nach dem Testamente des Kurfürsten Albrechts Achilles hätte, gehen sollen Joachim II. nicht nötig gehabt, dem Testamente seines Vaters hier in Folge zu leisten. Allein er ließ es ohne Widerrede dabei bewenden, weil sich die Brüder sehr liebten und in guter Eintracht lebten, obgleich ihr Charaktersitz verschieden war. Joachim war verschwenderisch, prachtliebend, aufgeweckt und sinnlich. Johann dagegen sparsam, einfach, verschlossen und ernst. Das Augenmerk beider Religionsparteien war nun auf diese beiden Brüder gerichtet, denn es hing viel davon ab, zu welcher Partei sie sich schlagen würden. Und hier offenbarte sich sehr bald die Verschiedenheit ihres Charakters, aber auch ihre äußerliche Lage. Joachim II. machte sich Bedenken, sich sofort für die evangelische Kirche zu erklären. Der Wunsch und das Testament des Vaters, die Vermählung mit der Prinzessin Hedwig aus Polen, die Liebe zu seinem Ohrheim Albrecht von Mainz, die Furcht vor dem Kaiser, die Aufforderung seines Schwiegervaters Georg von Sachsen, es mit ihm und den Katholischen zu halten. Dies waren die Ursachen, weshalb er erst am 1. November 1539, nachdem seine Hindernisse teils gehoben, teils übersteiglicher geworden waren, öffentlich zur evangelischen Kirche sich bekannte. Hieraus ist auch erklärbar, weshalb er seinen Untertanen früher nicht erlaubte, Änderungen im Gottesdienste vorzunehmen. Ja, auch nachher noch viele katholische Überreste zum Teil aus Liebe zum Punkenden in der vom Bischof zu Iago angefertigten Kirchenordnung vom Jahre 1540 zum großen Verdrusse der meisten Prediger beibehalten ließ. Die meisten dieser Rücksichten hatte unser Markgraf für sich und seine neue Mark nicht zu nehmen. Nur mit Vorsicht und Umsicht musste auch er verfahren. Auch ihn hatte der sehr römisch-katholische Herzog Heinrich von Braunschweig aufgefordert, der heiligen römischen Kirche gehorsam zu bleiben, als er ihm, bereits 1529, seiner Tochter Katharina zur Gemahlin unter der Bedingung versprach, dass das Beilager erst nach acht Jahren vollzogen werden sollte, welches dann auch am 16. Mai 1537 geschah. Wollte er nicht seine Braut verlieren, so durfte er nicht laut und öffentlich dem Papst entsagen und konnte von der Hand nur im Stillen für die evangelische Kirche wirksam sein. Sobald er daher 1536 seine Residenz in Küstrin genommen und sich in Kosmos, Grossen und Königsberg hatte huldigen lassen, so ließ er es sofort auf die Wahl der Gemeinden ankommen, ob sie den väterlichen Glauben beibehalten oder die neue Lehre annehmen wollten. Fast überall geschah das Letztere. Mehrere Edelleute hielten sich schon evangelische Hausprediger, zum Beispiel Peter von der Marwitz auf Berfelde und in Droßen hielt sich heimlich ein evangelischer Geistlicher auf. Das von Joachim I. zwar verbotene, allein nicht zu unterdrückende Lesen der Bibel und den Schriften Luthers bis in die untersten Stände hinab, hatte besonders in den Städten das römische Kirchentum und die römische Messe verhasst gemacht. Selbst die Augustinermönche in Königsberg verließen 1536 kurz vor der Huldigung des Markgrafen ihr Kloster und ging freiwillig mit dem, was sie aus dem Kloster und ihrem Dorf Reichfelde mitnehmen konnten nach Libus zum Bischof. In Soldin verloren sich die Domherren, größtenteils Brüder oder Kinder neumärkischer Edelleute, denen diese Befreiung von dem auch ihnen nun zuwidergewordenen mechanischen Kirchendienste sehr wohl behagte, allmählich von selbst. Der Dompropst sandte ihnen das Einkommen ihrer Pfunden nach und der Markgraf sandte den Prediger Thielemann zum Pfarrer des Doms. In Küstrin, wohl zu merken in der Schlosskirche, blieb dagegen wohlweislich noch alles in der alten kirchlichen Verfassung, wie sich aus der 1536 gegebenen markgräflichen Vorschrift dem Hofgottesdienst im Schloss betreffend ergibt. Im Jahre 1538, als dem Jahre, wo am Neujahrstage noch die Blumen blühten, aber bekannte sich der Markgraf öffentlich zur evangelischen Kirche, reiste selbst mit sechs Predigern nach Wittenberg zu Luther und bat sich von ihm eine Kirchenordnung für seine Neumark. Als ihm bald nachher Luther zwei Prediger zur Superintendenten vorgeschlagen hatte, einen Gelehrten und einen, der die Bibel auswendig wusste, so wählte er, ohne Anstand zu nehmen, den Letzteren. Ein Zeichen, dass er sehr wohl wusste, worauf es ankam, um die Herzen zur Wahrheit und zum rechten Glauben hinzuführen. Das Dreijährige, der inneren Überzeugung nicht entsprechende Schwanken beider Brüder in Hinsicht ihres öffentlichen Bekenntnisses zur evangelischen Kirche, erklärt sich indessen am deutlichsten aus den Schwankungen des Schicksals der evangelischen Fürsten dieser Zeit. Ich muss daher wenigstens in gedrängter Kürze von dem damaligen Zustände der deutschen Fürsten das Erforderliche einschalten. Die evangelischen Fürsten, seit 1529 Protestanten genannt, hatten schon 1531 zwischen Schmalkalden sich vereinigt, sich gegenseitig nötigenfalls vor Wiedergewaltsamkeiten zu verteidigen. Unser Markgraf trat 1537 diesem Bunde unter der Bedingung bei, weder gegen seinen Urheim Albrecht noch gegen seinen neutral gebliebenen Bruder etwas unternehmen zu müssen. Die katholischen schlossen ebenfalls 1538 ihre Heilige Liga. Joachim wollte den Vermittler machen und beide Parteien vereinigen. Daher veranlasste er durch Theologen von beiden Parteien 15944 eine interimistische Vereinigungsformel, das Regensburger Interim genannt, welche zwar den Theologen beider Teile missfiel, jedoch dem Kaiser eine willkommene Gelegenheit darbot, einen ziemlich gelinden Reichsabschied ergeben zu lassen und den Evangelischen den Frieden noch auf fünf Jahre zu verlängern, weil er aufs Neue ihre Hilfe gegen die Türken bedurfte. Er erhielt diese Hilfe und Joachim II. übernahm das Oberkommando gegen die Türken. Jedoch ohne Erfolg, da unterdessen während des Religionsfriedens die Häupter der Protestanten, der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und der Landgraf Philipp von Hessen, den Herzog Heinrich den Jüngeren von Braunschweig, den Schwiegervater unseres Markgrafen, seiner Länder beraubt und ihn gefangen genommen hatten, so erklärte unser Markgraf Johann 1545, dass er unter diesen Umständen nicht länger mit ihnen zusammenhalten, übrigens aber bei der evangelischen Lehre verbleiben wolle. Kaum hatte der Kaiser von außen her einige Ruhe, so beschloss er sofort nach Luthers Tode den Krieg in der geheimen Absicht eine unbeschränktere Herrschaft in Deutschland zu gewinnen. Da er feierlich erklärte, dass er durch den vorhandenen Krieg keinesfalls gegen die Türken wegen ihres Glaubens kämpfen, sondern nur einige Ungehorsame bestrafen wolle, so trat nicht nur der Herzog Moritz von Sachsen, dem es um den Kurhut von Sachsen zu tun war, sondern selbst unser Markgraf Johann trotz der Abmachungen seiner Mutter der heiligen Liga bei. Er stellte 700 neumärkische Reuter und ließ in ihre Fahne schreiben, gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gotte, was Gottes ist. Joachim II. blieb abermals anfänglich neutral, um den Vermittler und Fürsprecher machen zu können, im Fall, das mit den schmalkalilischen Bundesgenossen übel ablief. Allein da der Krieg 1546 losbrach, die evangelischen Fürsten uneinig und unglücklich waren, Herzog Moritz die Kur fürstlich sächsischen Länder besetzte und im Winter 1546 wieder daraus vertrieben wurde, so kam die Kriegsflamme der Kurmark so nahe, dass auch Joachim II. sich genötigt sah, infolge des kaiserlichen Befehls 500 kurmärkische Reuter zu des Herzogs Moritz Armee stoßen zu lassen. Als nun bald darauf die schmalkalilischen Bündner 1547, also in dem Jahre, in dem die Sonne das ganze Jahr hindurch blutrot schien, wie die Chronisten melden, bei Mühlberg geschlagen, ja größtenteils auseinandergesprengt wurden und der Kaiser den Gefangenen Johann Friedrich wollte enthaupten lassen, so eilte sofort Joachim II. als Vermittler zum Kaiser und rettete dem Kurfürsten das Leben, nicht aber die Freiheit. Philipp von Hessen erschien nun, da alles verloren schien, in dem Vertrauen auf das ihm zugesicherte sichere Geleit vor dem Kaiser, tat zwar einen Fußfall, lächelte aber bei Ableistung der Unterwerfungsakte und reizte dadurch den Kaiser zu den Worten, ich will ihn lachen lehren, so dass er des Abends bei und von dem Herzog von Alba gefangen genommen wurde. Joachim II., obwohl ihm diese Treulosigkeit dergestalt in Zorn setzte, dass er den Degen gegen den Herzog von Alba zog, setzte dennoch seinen Versuch fort, ein Vermittler zu werden. Er hoffte jetzt, dass es ihm gewiss gelingen werde, weil der Kaiser, erzürnt auf den Papst über die Verlegung des Konzils von Tridenten nach Bonovien und nicht nach Deutschland den Entschluss gefasst hatte, auch ohne Papst als Reichsoberhaupt eine Vereinigung der getrennten Parteien zu bewirken. Joachim II. ließ deshalb nach dem Wunsche des Kaisers das Regensburger Interim einigermaßen mildern und stellte nun das sogenannte Augsburger Interim als eine von beiden annehmbare Vereinigungsformel auf. Obgleich nun auch diese Formel den Katholischen zu evangelisch und den Evangelischen zu katholisch vorkam, so dass selbst Joachims eigene Prediger in der Kurmark sie durchaus nicht annehmen wollten, so bestand dennoch der Kaiser auf dem Reichstage zu Regensburg 1548 in befehlendem Tone darauf, dass sie angenommen würde. Die besiegten evangelischen Fürsten schwiegen und unterschrieben das Augsburger Interim. Unser Markgraf Johann aber, dies ist der schönste Moment seines ganzen Lebens. Er, er allein erklärte laut vor Kaiser und Reich, dass er dieses verführerische Gemisch von Wahrheit und Trug nicht annehmen könne, ja von seiner Berufung auf ein päpstliches Konzil etwas wissen wolle. Lieber Beil als Feder, lieber Blut als Tinte soll er ausgerufen haben, als das Interim zur Unterschrift bis zu ihm gelangte. Durch diese kühne Standhaftigkeit hat er die evangelische Kirche gerettet. Der Kaiser sah ihn zornig an und gebot ihm, den Reichstag zu verlassen. Und er ritt noch denselbigen Abends aus Augsburg nach Küstrin zurück, wo er an die Stubentür schrieb, in Anfechtung halte fest und durch dich drück. Hab guten Mut, weich nicht zurück. Entsteht der Hoffnung, leb und trag, was dir auf Erden begegnen mag. Dieses Interims wegen wäre es fast zwischen ihm und dem Kurfürsten Joachim II. zu Tätlichkeiten gekommen, weil der Kurfürst mit dem Herzog Moritz von Sachsen 1550 das Kommando der kaiserlichen Armee übernahm, welche die Magdeburger deshalb züchtigen solle, weil sie ebenfalls wie Johann das Interim nicht angenommen hatten, wozu sich noch der Kurfürst nur deshalb entschloss, damit sein Sohn die Bestätigung als Bischof von Magdeburg vom Papst erlangte, welches ihm auch gelang. Nach der ohne Zweifel absichtlich schläfrig geführten Belagerung Magdeburgs und Übergabe trat der Herzog Moritz, welcher hier die beste Gelegenheit gehabt hatte, Truppen um sich zu sammeln, mit einmal dem Kaiser ganz unerwartet aus evangelischer Gesinnung und anderen Ursachen, wieder den Kaiser auf. Er ging mit einer Armee, zu welcher er auch 2000 Mann aus der Neumarkt hatte anwerben lassen, so schnell auf den Kaiser siegrechtlos, dass dieser auf seines Bruders, des römischen Königs Ferdinand, Rat im Passauer Vertrage 1525, zu welchem auch unser Maggraf, sein Berthold von Mandesloh sandte, sowohl den Philipp von Hessen als auch den Johann Friedrich losgab. Letzteren jedoch mit dessen Einwilligung bei sich am Hofe behielt. Der einzige unruhige Albrecht von Bayreuth setzte allein noch den Krieg gegen den Herzog Moritz fort, welcher ihn zwar bei Sievershausen besiegte, dabei aber so tödlich verwundet wurde, dass er sogleich darauf starb. Der geschlagene Albrecht nahm seine Zuflucht nach Berlin und kam auch nach Küstrin zu unserem Maggraf, wo ihn aber die Maggräfe nicht vor sich lassen wollte, weil sie zwei geliebte Brüder durch ihn bei Sievershausen verloren hatte. Große Freude machte ihm der Augsburger Religionsfriede 1555, zu dem er viel beigetragen hat. Und als nachher noch der Papst Pius IV. Abgesandter an die evangelischen Fürsten auf Anstiften der Jesuiten sandte, um sie nach Trident einzuladen, antwortete er ihnen, Dies hieße nichts anderes, als dass jemand solle Hasen predigen lassen unter den Löwen. Der Augsburger Religionsfriede hatte nun endlich dem Herzen und dem Lande unseres Maggrafen der sehnte Ruhe geschenkt. Allein 1560 wurde er doch zu einer Art von kleinem Krieg um unserer Neumark willen gereizt. Die Polen machten ihm nämlich einige Ländereien zwischen Falkenburg und Krone streitig. Sie hatten sogar, während darüber mit dem Wäu wurden Gorka in Posen Traktate gezogen wurden, diese Ländereien besetzen lassen. Der Maggraf ließ sie durch seinen Hauptmann von Falkenburg, Melchior Krause, durchaus vertreiben. Da sich nun der Kastellan zu Krone dafür dadurch rächen wollte, dass er heimlich in das Neumarkische Dorf Radewitz einfiel und das Schulzenhaus plünderte, so ließ ihn der Maggraf von seinem Landeshauptmann zu Schievelberg, Franz Naumann und von dem Melchior Krause durch die aufgebotenen arendswaldischen, dramburgischen, schievelbeinschen, rätzischen und falkenburgischen Bürger und etliche von Adel mit ihren Bauern in Krone über Rumpeln und Gefangenen nach Falkenburg führen und das Schloss demolieren. Darüber ward ein so großer Lärm, dass König Sigismund II. von Polen und unser Maggraf schon feindlich gegeneinander anrücken wollten und 500 Tataren schon bereitstanden, als Joachim II. sich ins Mittel legte und seinen Schwager Sigismund darin vermochte, dass er mit der Freilassung des Kastellans zufrieden war. Um Maximilian II. zum römischen König zu wählen, sandte unser Maggraf 15962 seinen Doktor Albinus ab. Und Joachim II. verrichtete bei dieser Krönung in Person sein Erzkammeramt mit Freuden. Als Herzog Erich von Braunschweig 15963 ein Don Quixote-Zug mit seinen angeworbenen 12.000 Reisigen nach Lieflandtat, um den Herzog Magnus um eines abgerissenen Kopfzeugs willen zu befäden, so schlug ihm unser Maggraf den Durchzug durch die Neumark ab. Nötigte ihn durch Pommern zu ziehen, konnte aber dem Raufbeut nicht trauen und eilte daher selbst nach Königsberg in der Neumark mit 600 Hakenschützen und mit Kanonen, welche er vor dem schwedischen Tore so lange abfeuern ließ, bis Erich durch Stettin gezogen war. Als der Kurfürst Joachim II. seinem Adel untersagte, spanische und französische Kriegsdienste gegen ihre Glaubensgenossen, die Niederländer und die Huguenotten zu nehmen, so nahm dagegen unser Maggraf 1569 sogar selber eine königlich-spanische Bestallung als Rat und Kriegsoberster mit einer Besoldung von monatlich 300 rheinischen Kronen, jedoch unter der Bedingung an, nicht gegen seine Glaubensgenossen dienen zu dürfen. Diese Annahme möchte ich lieber aus seiner ökonomischen Denkart herleiten, denn 5000 Reichsthaler zur damaligen Zeit waren doch auch nicht zu verachten, als seiner kriegerischen Denkart beimessen. Denn was auch von seinen Heldentaten im Türkenkriege grümet, aber nicht mit Tatsachen belegt wird, so setzt er doch gewiss nicht darin, sein Ruhm, ein großer Feldherr zu sein. Selbst seine grünte Kunst und Kraft als Turnierer, oder wie man jetzt sprechen soll, Turnerer, bleibt doch etwas zweifelhaft, wenn es wahr ist, was Herr Wilken im genealogischen Kalender von 1820 mit folgenden Worten des Rektors Hastitz uns mitgeteilt hat. Dem Montag hernach, nach dem feierlichen Beilager, haben Maggraf Hans zu Küstrin und Herzog Wilhelm zu Braunschweig miteinander scharf gerannt und an solches hartes Treffen getan, dass die Pferde auf dem Hintern sitzen gegangen und dennoch beide Herren sitzen blieben. Es hat aber Herzog Wilhelm dem Herrn Maggraf Johannes den Schild entzweigerannt bis auf den Hals und wäre um ein weniges getan gewesen, wenn Gott nicht sonderlich verhütet, dass er ihm den Hals abgerannt. Dero wegen alle Fürsten und Herren, so damals auf der Bahn gewesen, sehr erschrocken, eilend von Pferden gefallen und zugelaufen sind. Wenden wir uns nun zu seinem unzweifelhaften Zugenden, durch welche er sich als ein treuer Regent eines kleinen Landes ausgezeichnet hat. Er suchte dir es, dieses Land zu befestigen und zu vergrößern. Sobald er seine Residenz in Küstrin genommen hatte, 1536, dachte er darauf, eine Festung anzulegen, um sich, wie es in den älteren Geschichtsangaben heißt, gegen das Papsttum zu schützen. Dies ist nicht so widersinnig, wie es scheint. Er hatte ja allerdings selbst für seine persönliche Sicherheit zu fürchten, wenn die evangelischen oder katholischen bis zur Neumark durchdrangen. Er fing daher schon 1536 an, Königsberg zu befestigen, wählte aber noch in demselben Jahre das zur Festung besser gelegene Küstrin. Er selbst hatte mathematische Kenntnisse und liebte die Artillerie, suchte auch selbst die Inschriften auf den Feldstücken aus. Auf einer Kanone von 1565 stand unter einem Repun, das Repun mit seinem Schnabelpicken, das mancher Drop zu tot erschricken. Auf einer anderen von 1545 war der Papst als wilder Mann abgebildet. Darüber stand, der Papst heißt recht der wilde Mann, der durch seine falsche Schalkesbahn all Unglück hat gerichtet an. Anfänglich wurde die Stadt mit Erd- und Torfwellen angeschlossen. Dieweil diese aber durch die Oder und Warte ausgespült wurden, so ließ er die Außenwerke, die Welle, die Skischarten sowie die Werkhäuser und so massiv aus Mauerstein ausführen. 1543 ließ er das schwere Geschütz aus Königsberg und 1544 aus Cottbus aus die Welle bringen. Und Joachim II. versprach ihm, nächst der Hälfte des Geschützes, welche ihm vermöge, väterlichen Vertrageszustand, noch zwei Notschlangen folgen zu lassen. Die Kosten wurden nicht, wie man gemeinhändlich glaubt, aus fiskulatarischen Klostergüten bestritten. Denn damals schöpfte er nur noch wenig Geld aus dieser Quelle, da er doch eine ziemliche Anzahl solcher armen Priester, die durch das Aufhören des Messelesens brotlos geworden waren und weder Predigen noch anders wie ihren Unterhalt verdienen konnten, ernähren musste. Vielmehr musste von seiner Hufe der Neumark vier Jahre hindurch im ersten Jahr zwölf in den übrigen acht in harter, guter und grober Münze bei Vermeidung der Pfändung gegeben und außerdem von jedem Bauer jährlich acht Tage lang Fuhren gestellt werden, worüber sich der Bischof von Blumenthal zu Lebus dessen in der Neumarkt gelegene Dörfer, Göritz und so weiter ebenfalls damit betroffen wurden, bitterbeschwertem. Um wohlfeile Lebensmittel für die Festungsarbeiter zu haben, tauschte er 1539 die Kontorei Quatschen nebst Thamp Neudamm gegen Schiefelbein vom Johanniterorden. Mit 1540 und 1545 erfolgt der Bewilligung des Ordensmeisters in den deutschen Landen, Johann von Hartstein zu Freiburg im Breisgau, ein. Der Festungsbau kostet nach dem ältesten Testamente des Markgrafen, denn es sind deren vier vorhandenen 6519 Gulden, zu deren Zurückzahlung er seine Erben verbindlich machte. Peitz ließ er von 1556 an befestigen. Er ließ, um die Festungsarbeiter zu bezahlen, kleine Münzen, Hähnchen genannt, prägen, auf welchen ein halber Hahn geprägt war und wovon sich noch 1690 ein ganzes Festchen zu Küstrin befand. Er ließ diese neue Feste, so wie Küstrin, zum ersten Mal 1562 plötzlich verschließen und mit Mannschaft besetzen. Auch das Land kriegerisch aufregen. Niemand wusste warum. Es war die Furcht vor Kaiser und Reich, die ihn beunruhigte. Er, und wie viele seiner Zeit mit ihm, hatte zu laut Mitleiden mit dem geächteten Sohne des unglücklichen Kurfürsten, Johann Friedrich von Sachsen, dem Herzog Johann Friedrich II. von Sachsen-Gotha geäußert. Laut wurde davon gesprochen, dass nun bald auch er als dann ungehorsamer, das war er ja auch offenbar 1548 in Augsburg gewesen, wie der Jesuiten-General Lyons bemerkbar machte, in die Acht erklärt und seiner Länder beraubt werden könnte. Diese Furcht, zu welcher die Konstellation des Himmels auch beitrug, war zwar unbegründet, vermehrte aber doch seine Vorsichtsmaßregeln. Zwo Festen heißt es bei M. Fuchs. Küstrin und Peiz. Erbauts, bespeist, besetzt mit Fleiß Deutschlands zu gut, solch's allen täte, weil Mord und Ost viel Unruht hätt. Es glückte ihm 1538 in Gemäßheit mit seinem Bruder, die Lande Krossen und Züllichau und Sommerfeld als Erbeigentum zu erhalten, welche er bisher nur als Pfandinhaber benutzt hatte. Johann reitete daher mit seinem Bruder Joachim in Personen nach Bautzen, wo sie mit großem Gepränge belehnt wurden und das Recht erhielten deswegen, den schlesischen Adler in ihrem Wappen zu führen. Davon machte auch unser Markgraf sofort Gebrauch, indem er 1543 Neumärkische Thaler mit dem im Wappen aufgenommenen schlesischen Adler und gleich darauf 1544 auch Silbergroschen, Dötchen genannt, prägen ließ. Zu seinen Besitzungen kamen noch 1557 die Herrschaft Besko und Storko, welche ihn die von Biberstein auf einem ablösbaren Pfandschilling überließen. Was es damit für Bewandtnis hat, dass diese Herrschaft an das Bistum Lebus verpfändet gewesen, habe ich nicht ausmitteln können. Henssler erwähnt dessen gar nicht und die gewöhnliche Darstellung kurmerkischer andererseits ist offenbar mehr von diplomatischer als rein historischer Tendenz. Zum Ankauf dieser Herrschaft war angeblich auch die Hufensteuer bestimmt, welche 1557 auf einem Landtage sich in der Art von den Ständen auf drei Jahre bewilligen ließ, dass von jeder Hufe im ersten Jahre zwölf Groschen, in den folgenden Jahren acht Groschen sowohl zum Ankauf von Besko als auch zum Türkenkriege und zum Bau der Festung Peitz verwandt werden sollten. Bedeutender war dagegen die Vermehrung seiner Einkünfte durch die Aufhebung der Klöster und geistigen Stifte. Auf welche Art und Weise er diese Güter in jedem einzelnen Faller an sich zu bringen wusste, ist schwerlich noch vollständig auszumitteln. Auf welche Weise es mit den Gütern des Domstifts Soldin geschah, ist bereits bemerkt worden. Anselig ist diese Vermehrung seiner Kammereinkünfte gewesen, denn bei seinem Tode werden, als von seiner Domänenkammer verwaltet, die Ämter Marienwalde, Triesen, Himmelstedt, Besko, Storko, Lietzen, Quatschen, Zeden, Neudamm, Falkenburg, Reets und Jägernburg aufgeführt. Hierunter waren die mehresten aus ehemaligen geistigen Gütern zusammengesetzt. Und mehrere neumärkische Ämter, welche nicht genannt sind, vermutlich weil sie nicht von der Kammer verwaltet wurden, haben doch auch ebenfalls damals schon auch eingezogene geistliche Güter in sich begriffen. Einiges gab er aber auch an die Städte oder Ad Pius Usus zurück. So ließ er auf Anlass des Superintendents Pretorius in der unter dem Bischof zum Kamin stehenden Stadt Königsberg 1557 das folgende kleine Jerusalem oder das heilige Grab zwischen Königsberg und Berniko abreißen, aus dem Kirchhofer einen Garten machen und von den Steinen die Schule bauen. Das Kloster ward mit den Dörfern Reichfelde und Webel an den Trabanten Johann Humboldt verkauft. Die Ländereien blieben als Einkünfte der Klosterkirche und die Gebäude wurden zu Prediger- und Schullehrerwohnungen eingerichtet oder an Bürger verkauft. Die Kirche selbst ist jetzt mittlerweile zum Exerzierhause überlassen. Auch in Dramburg war das Kloster der Stadt überlassen und so weiter. Zur Vermehrung seiner Einkünfte gereichten Verner die neuen direkten und indirekten Abgaben vom Land und den Städten. Außer den außergewöhnlichen Steuern, die er von Zeit zu Zeit zahlen ließ, worunter auch eine viermalige Fräuleinsteuer ihm 74.537 Gulden abwarf, brachte ihm auch die neue Bier-Ziefelnviel ein, die er nach dem Exempel der Kurmarkt mit acht Groschen für die Tonne einführte. Obgleich die Stände behaupteten, sich davon durch eine Summe Geldes, die sie an seinen Vater Joachim I. bezahlt hatten, freigemacht zu haben. Der Markgraf beseitigte diese Bemerkung damit, dass er diese Summe für einen bloßen Vorschuss erklärte, welchen er ihn zurückzahlen ließ. Nur ein Edelmann, Mark von Borg auf Falkenberg, weigerte sich so hartnäckig die Bier-Ziefe zu geben, dass sich der Markgraf in eigener Person nach Falkenburg begab, es brennen und sich huldigen ließ. Borg klagte zwar beim Reichskammergericht, vorstellend, dass es den Markgrafen um seine Hengste zu tun gewesen. Allein solange der Markgraf lebte, kam er nicht wieder zu seinem Gut. Das, was die Städte zu zahlen hatten, wurde 1562 durch ein neumärkisches Stadtkasterom festgesetzt, wonach sich jede Stadt richten musste, um sich der Übersetzung wegen nicht beklagen zu dürfen. Sein Bestreben, neue Einkünfte durch die indirekten Steuern neuer Zölle zu erlangen, hatte einen geringeren Erfolg, als er gehofft hatte. Er wirkte sich gleich nach seinem Regierungsantritt nach einigen Hindernissen vom Kaiser das Privilegium aus, zu Küstrin einen neuen Zoll anzulegen und den Zoll in Landsberg zu erhöhen. Nun wollte er nicht ferner die freie Fahrt nach Polen aus Stettin gestatten, sondern begehrte, dass man die Güter zu Oderberg und Küstrin ausschiffen und zu Wagen in Polen einführen sollte. Auch legte er mit Genehmigung des Kaisers einen Wasserzoll in Küstrin an, welcher dem kurmärkischen Oder zollgleich war, wozu er auch den Kontenz aller Kurfürsten erhielt. Auch an den Einnahmen des Frankfurter Kur- und neumärkischen höheren Zolls hatte er Anteil, und dieser war von Wichtigkeit. Der Zoll von den Heringen allein brachte den Brüdern jährlich 40.000 Reichsthaler, in dem damit von den Kur- und neumärkischen Kaufleuten in Frankfurt ein Umsatz von 960.000 Reichsthalern gemacht wurde, weil diese Heringsmonopolisten die Tonne Heringe in Stettin für ein bis zweieinhalb Gulden kauften und sie an andere Nationen für drei Joachimsthaler verkauften. Sowohl durch den neuen Zoll in Küstrin als auch durch die Wassermühlen, welche der Markgraf auf der Warte anlegen ließ, welche aber den freien Lauf des Stromshemden und die Schifffahrtbehinderten, durch beides entstanden viele Misshelligkeiten mit den Pommern und Polen. Die Zolleinnahme wurde geringer, weil die Kaufleute nun zum Teil neue Wege zu Land wählten, und die ganze Messerhandlung auf der Oder erlitt einen großen Stoß. Die Stettiner verboten zuletzt gar den Frankfurtern vor ihrer Stadt vorbei nach der Ostsee zu fahren, und die Frankfurter rechten sich dafür damit, dass sie den Stettiner nicht erlaubten, auf der Messe auszustehen. Auch verstattete unser Markgraf die Verführung der Waren zu Uare von Danzig nach Leipzig nur unter der Bedingung, dass sie nicht durch Pommern, sondern durch die neue Mark geführt werden sollten. Am wenigsten glückte unserem Markgrafen die, wenn auch nicht laut ausgesprochene, doch gewiss nicht mit Henssler ganz abzuleugnende Absicht, etliche Güter des Ordens an sich zu bringen, wie Leuttinger es ausgedrückt hat. Nun musste er hier seine Zeit absehen. Sofort nach dem Tode des Herrmeisters Thomas Runge 1564 schlug der Markgraf dem Orden zum Heermeister den Kontur Franz Naumann, seinen Kanzler, und zugleich dem brandenburgischen Prinzen Joachim Friedrich vor, und das Kapitel wählte den Naumann, höchstwahrscheinlich ganz nach seinem Wunsche, weil er von einem durch ihn emporgehobenen und ihm bisher ganz ergebenen Günstling sichere Gefälligkeiten erwartete als von einem Prinzen. Dessen Herrmeistertum, etwa nach dem Vorbild dessen, was in Preußen geschehen war, leicht von großen Folgen, nicht aber zu seinen, sondern zu des Kurhauses Besten sein konnte, da er doch selbst noch männliche Erben erwarten konnte und dieser Prinz damals noch nicht sein Schwiegersohn war. Franz Naumann mochte ihm wohl auch einige Verheißungen gemacht haben. Allein sobald er Herrmeister geworden war, schlug er es dem Markgrafen sogleich ab, ihm die Konturrei Friedland zu verkaufen, vorstellend, dass das Ordenskapital darin nicht einwilligen wolle. Hierüber wurde der Markgraf so erzöhnt, dass er dem Naumann überall der Gestalt verfolgte, dass er sich genötigt sah, sich außer Landes zu begeben. Diese Erbitterung ging so weit, dass er nach Leutingers von Henssler aber bezweifelten Angaben dem Kommandanten von Sonnenburg von Winning die Folter anlegen ließ, wovon er starb, weil er ihn im Verdacht hatte, dem Naumann zur Flucht beigestanden zu haben. Ja, dass er sogar Naumanns Schwiegersohn von Doborotz hinrichten ließ, weil er desfalls harte Worte gegen die Markgrafen ausgestoßen hatte. Es ist kaum glaublich, dass der Markgraf bloß durch die fehlgeschlagene Hoffnung etliches von Ordensgütern zu erhalten oder durch die Undankbarkeit seines Kanzlers erbittert, zu solchen nicht zu entschuldigenden Schritten verleitet worden sei. Es waltet noch andere, noch nicht enthüllte Ursachen ob. Er hatte ihn in dem Verdachte, Friedland lieber dem Kaiser zuzuwenden oder doch bei demselben sich mehr als der Markgraf wünschte, Schutz für den Orden und mögliche Unabhängigkeit auszuwirken. Nach dem Tode des Herrmeisters Naumann ließ unser Markgraf nicht ohne politisch-ökonomische Gründe den Grafen von Hohenstein-Schwedt zum Herrmeister wählen, obgleich der Meister zu Reitersheim ihn anfänglich nicht bestätigen wollte, weil er eben evangelisch war und sie vermehlt hatte. So wie er nun darauf bedacht gewesen ist, seine Einkünfte zu vermehren, so war er auch mit Sorgfalt beflissen, dieselben durch Sparsamkeit und gute Wirtschaft zu erhalten. In dieser Hinsicht war es ihm nicht zu klein, sich um die einzelnen Staats- und Wirtschaftsangelegenheiten zu bekümmern. Er beobachtete mit eigenen Augen die Verwaltung, prüfte selbst die Rechnungen, begleitete sie mit seinen schriftlichen Bemerkungen und schrieb zuweilen darunter alles durch Gottes Gnade und Segen. Gleich von Anfang seiner Regierung an wurde an seinem Hofe eine strenge Ökonomie eingeführt und er suchte den heiligen Albrecht in Preußen in einem besonderen Schreiben, sich für ihn bei dem König Sigismund von Polen dahin zu verwenden, dass er ihn als einen neuen Hauswirte jährlich 200 Ochsen zoll- und beschwerungsfrei aus seinem Lande treiben lassen möge. Die Fischer in Küstrin mussten nach einem Befehl von 1561 die Gefangenen, Lampreten, Biber, Störe, Lachse und so weiter zur Haushaltung des Magrafen gegen eine Belohnung von 4 Silbergroschen für den Störe, 3 Groschen für den Lachs, 2 Groschen für den Biberschwanz und 4 Pfennig für einen Pfund Karpfen abliefern. Für ein ganzes Maß anderer Fische bekamen sie 3 Groschen. Am Küstrinischen Hofe gab es keine solche Lustbarkeiten und Hoffeste wie in Berlin, am Hofe des prachteliebenden Joachims. Selten wurden fremde Fürsten eingeladen und statt der Opern und Schauspiele wurden sie mit Luftspringern und Fechtespielen unterhalten, welche eben nicht kostbar waren. Nur auf Reisen zu den Reichstagen und Familienfesten seiner und ihrer Verwandten musste er ehrenhalber etwas Fürstliches draufgehen lassen. Seiner Geschäftsreisen nach Regensburg, Augsburg, Wien, Bautzen und so weiter nicht zu gedenken, zeigte er sich bei den Familienhoffestlichkeiten in Berlin, wie es seine Biografen nennen, in seiner ganzen Magnifizenz. Dergleichen Reisen kam aber nicht selten vor. Er reiste zum Beispiel 1555 mit der Margrefin nach Weimar zum Beilager des Herzogs von Weimar Johann Friedrich mit der Frau Witwe des Kurfürsten Moritz von Sachsen mit großer Begleitung und ab 1561 reiste er nach Leipzig zum Beilager des Prinzen Wilhelm von Oranien mit der des Kurfürsten Moritz Tochter. 1570 wurde das Beilager des damaligen Administrators und Erzbischofs von Magdeburg, Joachim Friedrich, mit der jüngsten Prinzessin, Tochter zu Küstrin, mit einer, wie Leutinger sagt, fast unglaublichen Pracht und sehr großen Kostenaufwande gefeiert. Der Margraf begleitete das junge Ehepaar nach Magdeburg bis Wollmirstedt, in welcher Stadt die hohe Vermählte in einem kostbaren Brautwagen einzog, an dessen beiden Seiten aus Gold und Silber gearbeitete Bilder und Verzierungen waren, und das Geschirr der Pferde war mit Edelsteinen reichlich ausgeschmückt. Alles dieses fand aber nur in außerordentlichen Fällen ehrenhalber statt, denn der Margraf war vom Aufwand und der Kleiderpracht ein so großer Feind, dass er eine sehr ins Einzelne gehende Kleiderordnung auch für seinen Hof und seine Räte ergehen ließ. Und darauf hielt er sehr streng. Bartel, Bartel, sagt er zu seinem Geheimrat, Berthold von Manslohe, welcher in den Wochentagen seidene Strümpfe trug. Ich trage auch seidene Strümpfe, aber nur an Sonnen- und Feiertagen. Bartel hatte auf seinen Gesandtschaftsreisen bemerkt, dass der Rheinwein besser schmecke als der Krossener hatte sich daher auch wohl ein Fässchen Most vom Rheine kommen lassen. Da merkte der Graf bald, wo Bartel den Most holt. Der Krossener Wein war übrigens damals in so gutem Rufe, dass man einem Gelehrten, welcher vom ungarischen Wein das Podakra bekommen hatte, den Krossener Wein als Arznei empfahl. Und dies edle Getränk heilte ihn in einem Jahre von seinem Übeln. So wenigstens hat uns ein ehemaliger Konrektor zu Krossen, Herr Gallus, berichtet. Sehr aufmerksam war er in Sonderheit darauf, dass er nicht in seinem Staatshaushalt hintergangen und hinter das Licht geführt wurde. Um sich zum Exempel von den Betrügereien seiner Schäfer zu überzeugen, ritt er einmal als Fleischer verkleidet in der Gegend von Quatschen an eine Schafherde heran, versuchte die Ehrlichkeit des Schäferknechts und verlangte, dass er ihm einen Hammel verkaufen sollte. Da dieser nicht wollte, warf der Margraf das angebotene Geld auf die Erde, nahm sich ein Hammel aufs Pferd und ritt davon. Der Schäfer warf mit seiner Barte Beil nach ihm und die Barte blieb in dem Steigbügel hangen. Er ritt davon, ließ den Sattel und die Barte zum Andenken in dem Maßstalle aufhängen und belohnte den ehrlichen Schäferknecht. Er schränkte den bis in die untersten Stände eingedrungenen Aufwand der Hochzeits- und Kindtaufenschmausereien durch besondere Verordnungen noch stärker ein, als Joachim II. in der Kur mag. Ein neumärkischer Bürger durfte bei Hochzeiten nicht mehr als fünf Tische Vollgäste, auf jeden Tisch zwölf Personen gerechnet, bitten. Ein kurmärkischer aber zehn Tische zu zwölf Personen. Ein neumärkischer Bauer durfte nur sechs Wirte mit ihren Frauen und sechs Knechte und Mägde zu einer Hochzeit einladen, ein kurmärkischer dagegen gerade noch einmal so viel. In der Kur mag durfte man zwanzig, in der neumarkt nur zwölf Gevattern bitten und diese durften beim Kirchgange sich nicht zu Tische setzen, sondern sollten nur stehend den Kuchen verzehren und ein halbes Stübchen Bier oder Wein dabei trinken, damit das ganze Gastgebot in einer Stunde geendet sein konnte. Der Markgraf ließ durch eine öffentliche Bekanntmachung verordnen, wie viele Lebensmittel, welche bis daher nach schlechtem Gelde bezahlt wurden, nunmehr nach geschehener Reduktion wert wären. Dies waren die so oft missverstandenen Marktpreise und nichts weiter. Weizen zum Beispiel, welcher in schlechtem Gelde zehn Groschen alter märkischer Währung gegolten hatte, sollte mit fünf Groschen vier Pfennig, wenn er aber für elf Groschen gehandelt, mit fünf Groschen und zehn zwei Fünftel Pfennig in gutem Gelde bezahlt werden. Und so, um den Betrügereien und Übervorteilungen durch die reduzierte Münze Einhalt zu tun, wurde in diesen Marktpreisen jede Ware expliziert, zum Beispiel Rocken sollte drei Groschen zwei ein Drittel Pfennig, Gerste vier Groschen drei ein Fünftel Pfennig, Hafer zwei Groschen drei ein Fünftel Pfennig und Erbsen acht Groschen gelten. Wenn dies nun gleich wahrscheinlich nach dem soldinischen Scheffel gemeint war und wenn der Krosschen Scheffel einen anderen Inhalt hatte, so kann man doch hieraus das damalige Verhältnis des Mittelpreises der Getreidearten unter sich ersehen. Dass die Gerste teurer war als der Rocken hatte darin seinen Grund, dass die Rockenkonsumtion geringer als die Gerstkonsumtion war, weil wenig oder gar kein Brandwein aus Rocken gebrannt, dagegen weit mehr Gerste als jetzt zum Brierbrauen konsumiert war. Dass die Erbsen bedeutend teurer waren als selbst der Weizen zeigt an, dass man damals von dieser Frucht weniger produzierte als jetzt, wo die Erbsen größtenteils im Brachfeld erzeugt werden, welches damals nach den Begriffen der noch nicht rationellen Landwirte reine Brache bleiben und ruhen musste. Ein Quart Rheinwein kostete zwei Groschen acht Pfennig, dagegen das Krossensche Bier 16 Pfennig. Dies muss darin seinen Grund gehabt haben, dass der Rheinwein vielleicht zollfrei musste eingeführt werden, das Krossensche Amtsbier aber als ein Monopol des Margrafen zu seinen Vorteilen sehr hoch besteuert werden konnte. Übrigens wankten zu jeder Zeit die Getreidepreise ebenso sehr als zu unserer Zeit. Es kostete zum Beispiel 1546 ein Scheffelrocken 40 Groschen, Hafer 18 Groschen, 1551 galt der Groschen ein Reichsthaler. Nach seiner Krossenschen und Sternbergschen Landesordnung von 1561 sollte ein Großknecht sechs Meißnische Mark zu 19 Groschen, zwei Pfennig, zwei Hemden, eine Schürze, ein paar Stiefeln und ein paar Schuhe, Mittelknechte vier Mark und die genannten Stücke, Dienstmägde sieben Schilling, zwei Paar Schuhe, ein Hemde, ein Schleier, ein Kittel oder statt der Sachen drei Gulden zum Lohne bekommen. Das Tagelohn war für Getreide mehr 20 Pfennig, für Weinhacker 15 Pfennig, alle ohne Essen und Trinken, denn im Fall der Beköstigung erhielten sie fast die Hälfte weniger. In Absicht der Reichsverwaltung gab er 1553 die Verordnung, dass niemand mehr bei dem kaiserlichen Reichskammergericht zu Speyer appellieren sollte. Wer sich bei dem Urteil seines Gerichts nicht beruhigen wollte, konnte unter den Juristenfakultäten der Universität Heidelberg, Ingolstadt, Leipzig, Wittenberg und Frankfurt wählen, an welche die Klagen verschickt und der Spruch erwartet werden musste. Wollte man bei dieser Sentenz sich nicht beruhigen, so war es erlaubt, eine andere von den genannten Universitäten zu bestimmen, bei dessen Ausspruche es dann sein bewenden haben musste. Auf diese angezeigte Art ist namentlich ein Prozess zwischen dem Magistrat zu Züllichau, Kläger, wie der den Maggrafen als Beklagten betreffend die Holzungsberichtung im Tschierziger-Oderwald durch drei Instanzen gegangen und zum Vorteil der Stadt entschieden und von dem Maggrafen selbst bestätigt wurden. Für das Oder-Gericht, welches er in Kustrien bestellte, hatte er eine vollständige Kammergerichtsordnung, denn dieses Gericht wurde damals Kammergericht genannt, ausarbeiten und bekannt machen lassen. Auch ordnete er die Untergerichte in der Provinz, welche ebenfalls nach römischen Rechten sprechen mussten. Seine allgemeine Polizeiordnung ist eine für jene Zeit musterhafte Anordnung. Auch gibt es von ihm verschiedene Brauordnungen als für Drossen, Züllichau und so weiter und mehrere Privilegien an einzelne Städte und Dörfer. Der Stadt Kustrien gab er 1564 ein neues Stadtsiegel von Messing, worauf ein halber Adler und eine Kapfer steht, wogegen er sich das große und kleine Stadtsiegel von Silber überantworten ließ, auf welchem das Bild der Maria als der Schutzpatronin Kustrins gestochen war. Kurz vor seinem Tode ließ er den berühmten Colestinus zu sich fordern und bediente sich seines Rats in Anrichten eines geistlichen Gerichts. Und wegen der anzustellenden Situation der Kirchen wollte ihn auch zum Generalsuperintendenten in der Neumarkt bestellen, worin er jedoch durch den Tod gehindert wurde. Es wurden daher auch ferner noch die geistlichen Sachen von dem geistlichen Consistorio in Frankfurt entschieden. Was seinen persönlichen Charakter betrifft, so liebte er vor allen Dingen die Ordnung selbst in seiner Zeitabteilung. Des Morgens las er religiöse Schriften, vorzüglich die Bibel, so dann ließ er sich die inneren Landesangelegenheiten vortragen und zuletzt die auswärtigen Angelegenheiten. Oft wohnte er, besonders zu Anfang seiner Regierung, den Versammlungen seiner Räte, gesehen oder ungesehen, bei. Oder ließ auch den einen oder anderen zu sich aufs Schloss kommen, um ihren Rat zu hören, wozu er zuweilen auch auswärtige Rechtsgelehrte, namentlich den Dr. Schrader, aus Frankfurt kommen ließ. Seine übrige Zeit bestimmte er entweder zur Jagd oder ließ sich von den Musizis etwas vorspielen, wozu er seinen nachmaligen Biografen Franz Hildesheim von seinem 13. Jahre an in der Musik unterrichten ließ. Das Abend spielte er gern, namentlich mit seinem Arzt Quarianus im Brett der Spiele, wozu er ihm ein jährliches Spielgeld aussetzte. Auch liebte er es, kleine Reisen und Ritte in die Provinz zu machen, damit er so viel als möglich selber sah, wie seine Befehle befolgt würden und wie man über ihn dachte und urteilte, so erschien er unter anderem als ein dänischer Soldat verkleidet im Kruger eines sternbergischen Dorfes. Die Wirtin ließ sich auf seine Veranlassung in ein Urteil über die Margrafen ein. Sie schallte ihn als einen Geizhals, der die Leute nur mit Fuhren zum Festungsbau quälte, das Bier durch die neue Ziefe verteuere, größere Abgaben als zuvor einführe und dergleichen. Hierauf ließ der Margraf den Gutsbesitzersortes einen von Löwen kommen. Das arme Weib hörte und sah nun, dass es der Margraf selbst war, auf den sie gescholten hatte. Sie tat vor ihm einen Fußfall und er tröstete sie mit den Worten, dass ihm noch niemals einer seiner Räte so rein die Wahrheit gesagt habe. Nächst seiner Ordnungsliebe würde die Gerechtigkeitsliebe ein rühmlicher Zug seines Charakters gewesen sein, wenn sie nicht zuweilen in eine so große Strenge ausgeartet wäre, dass er deshalb wohl den Namen Severus, den man ihm beilegte, verdient hat. Dass er unerbittlich in Bestrafung der Landstreicher, der Zigeuner, der Räuber und Mörder war, war in jeder Zeit notwendig, wo mehrere Mordbrenner in Küstrin und Berlinchen, auch an vielen anderen Orten der Neumark Feuer anlegen zu wollen, überwiesen waren. Dass er die Todesurteile mit dem Ausruf bestätigte, aferas malum emedio populitui. Oder dass er zu denen, welche Fürbitte für diese Verbrecher und Gesetzesübertreter einlegen wollten, mit seinem Sprichwort erwiderte, Fiat Justitia et Periat Mundus. Dies wird niemand eine Härte nennen. Allein viel zu strenge war es, dass er die Unglücklichen, welche für Zauberer und Hexen erklärt wurden und namentlich den Peter Löbbecke, der auch der Weiße Peter genannt wurde, ohne Gnade verbrennen ließ. Darin widerstand sein gesunder Verstande, zu wenig der aberwitzigen Verblendung, in welcher damals und lange nach ihm noch auch Juristen und Mediziner die Sache beurteilten. Auch war es zu hart, wenn er diejenigen seiner Festungssoldaten, von welchen ihm gemeldet wurde, dass sie wiederholendlich auf der Schildwache eingeschlafen wären, mit dem Tode bestraften oder sie nach Ungarn gegen die Türken deportieren ließ. Es war nicht zu hart, dass er die Flucher mit Gelder bestrafen und, wenn sie zum zweiten Mal dabei betroffen wurden, ins Gefängnis setzen ließ. Dies ging aus seiner Meinung hervor, dass sie durch Gotteslästerung eine strafbare Sünde begangen hätten, durch welche seine Lande der Segen entzogen wurde. Dass er sie aber, wenn sie weder Geldstrafe noch Gefängnis vom Fluchung abhalten konnte, hinrichten ließ, nach Kaiserrecht. Dieses war eine Grausamkeit. Und es kann nicht entschuldigt werden, dass er einige Male Vasallen und Untertanen, von welchen er glaubte, dass sie seine Person beleidigt hätten, durch die Folter zum Geständnis bringen ließ, wovon ich bereits Exempel angeführt habe. Doch war er auch zuweilen zu begnadigen geneigt und reformierte das Urteil des Schöpfungsstuhls in Brandenburg in Sachen des Georg von Ramin, welcher den Müller-Kaiser getötet hatte und zur Todesstrafe verurteilt war folgendermaßen. Dieweil die Sachen zwischen Georg Ramin und des entleibten Freundschaft auf 400 Thaler ausgeführt, auch von Kurfürstinnen und Fürstinnen allerlei Vorbitte geschehen, so wollen wir denselben eine solche Maße zu Sühne verstatten, mit Gnaden bewilligt haben. Soll Georg von Kamin 1000 Thaler samt 50 Thalern Zinsen in Küstrin der Kirche zum Besten erlegen und daraus von uns quittiert werden. Und über dem, das alles soll derselbe angeloben, hin Füro und Zeit seines Lebens zu einem ewigen Gedächtnis, keinen Dolch, Stoßdegen oder andere dergleichen kurze Gewehre zu tragen. Und soll überhaupt bis schuldig sein, den 9. März, als auf den Tag erboten worden ist, sich in Küstrin in ein öffentliches Wirtshaus jährlich einzustellen, sich bei Hofer ansagen zu lassen und all da in der Herberge zwei volle Tage und drei Nächte innezuhalten. Dass er den Träumen der Astrologie sehr ergeben war, ist allerdings eine Schwäche gewesen, die ihn mehr als einmal zu wunderlichen Befürchtungen und Maßregeln veranlasst hat. Er besoldete zwei Astrologen an seinem Hofe, den Dr. Hossmann und den geistlichen Chemnitz, um alle Tage die jährlichen Veränderungen am Himmel gehörig zu beobachten und ihm daraus die Gesinnungen der fremden Fürsten gegen ihn zu melden, weil er zuverlässig glaubte, dass aus dem Einfluss und dem Stande der Planeten die Gedanken und die Schicksale der Menschen zu entnehmen wären. So hatte es ihm ja in seiner Jugend an dem abergläubischen Hofe seines Vaters, der Astrologe Lukas Gauterius, gelehrt, welcher über den himmlischen Einfluss ein systematisches Werk geschrieben hatte. Meldeten ihm seine Astrologen, dass irgendeine Zusammenkunft von Saturn und Mars in irgendeinem ungünstigen Himmelshaufen oder Sternenbilder einen nahen Krieg verkündigen, so mussten unerwartet selbst die Bürger auf dem Waller erscheinen, so bitter sie sich auch über diesen Festungsdienst als eine neue Last beschwerten. War aber nicht die Astrologie eine Geisteskrankheit, die vorzüglich an den Höfen im 16. und 17. Jahrhundert wie endemisch herrschte? Und wenn es leicht zu erklären ist, weshalb der Stein der Weisen so gern in der Alchemie von den Fürsten bis selbst zu unseren Zeiten gesucht wurden, so scheint es psychologisch doch nicht erklärt zu sein, wie bei so hellen Begriffen, als bereits im Jahrhundert des Kopernikus von der heiligen Mechanik des Himmels stattfanden, und die auch unserem Magrafen, dessen Stärke in der Mathematik und Artillerie sogar grümmt wird, bekannt sein mussten, eine so grundlose Astrologie in den Köpfen dergleichen bestehen musste, dass die aberwitzige Prophezeiung des Hofastrologen Stößler, es werde die Welt 1524 notwendig in Wasser untergehen, weil als dann Jupiter, Saturn und Mars in dem Zeichen der Fische beisammen seien, viele tausend Menschen in die größte Angst versetzte. Da es wenigstens Neumerkern interessant sein kann, das Regierungs- und Kammerpersonale unter unserem Magrafen zu erfahren, so füge ich hier das Erforderliche aus Sennfahrts Anhalen bei. Der Chef der Regierung in Küstrin führte bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts den Titel eines Kanzlers. Dr. Adrian Albinus bekleidete diesen Posten noch zu den Zeiten des Kurfürsten Johann George, der ihn ungemein schätzte und bei seinem Tode mit dem ehrenvollen Zeugnisse panthertierte, dass mit ihm die alte Tafel oder das Register des Hauses Brandenburg verfallen sei. Seine Vorgänger im Amte unter des Magrafenhans Regierung waren der Zeitordnung nach dem Match Franz von Naumann, Dr. Martinus Sorenus und Dr. Hieronymus Birkholz. Der Amtskammer sowie den maggräflichen Ämtern in der Provinz war der Kammermeister Leonard Stöhr vorgesetzt. Nach einer 36-jährigen Regierung starb unser Maggraf am 13. Januar 1571 in seinem 58. Jahre, welches ihm die beiden Astrologen Mauritius und Carion als ein ihm ungünstiges Jahr vorhergesagt hatten. Er hatte am linken Schenkel einen offenen Schaden gehabt, den er wieder den Rat seiner Ärzte zugehen ließ. Sein Bruder schickte ihm seinen Leibarzt Dr. Paul Luther, des großen Luthers Sohn, um ihm die Gefahr vorzustellen und sie abzuhalten. Unterdessen aber starb der Kurfürst selbst in Köpenick den 2. Januar 1571 und diese Trauerbotschaft vermehrte das Übel unseres Magrafen und machte es tödlich, sodass er zehn Tage nach seinem Bruder starb, wie es Cardanos vorhergesagt hatte. Man fand nach seinem Tode in seiner Blase ein Blasenstein von der Größe eines kleinen Hühnereis. Er wurde am 1. Februar 1571 unter feierlicher Begleitung des nachmaligen Kurfürsten Johann George, seiner beiden Schwiegersöhne und eines ansehnlichen Hofstaates in einem dazu bereits 1555 verfertigten Gewölbe unter dem Altar, der nach Er hat von ihm 1555 erbauten und 1758 eingeärscherten Pfarrkirche zu Kustrien beigesetzt. D. Kolistin, welcher ihn zum Tode vorbereitet hatte, hielt ihm eine Leichenpredigt über Pfüste 31,6 »In deine Hände befehle ich meinen Geist«, mit welchen Worten er seinen Geist aufgegeben hatte. In seinem Grabgewölbe wurde eine gefierte Tafel von Messing aufgehängt, auf welcher mit lateinischen Lettern folgende Inschrift verzeichnet stand, »Johann, Markgraf zu Brandenburg, ein Sohn des Kurfürsten Joachim I., hat durch Gottes Vorsehung 1536 angefangen, die reine Lehre des Heiligen Evangeliums und Wort Gottes Inhalt der augsburgischen Konfession nach prophetischer und apostolischer Schrift, all hier in Kustrien und folgendes durchs ganze Fürstentum der Neumark und in anderen seinen Landen und Herrschaften öffentlich lehren zu lassen, und ist ob solcher Bekenntnis selbst aus Gnaden des Allmächtigen beständig geblieben und hat durch denselben Hilfe und Design dabei erhalten. Zu Ende des Leichenbegängnisses wurden durch einige Bedienste auf dem Kirchhof den da selbst versammelten Armen Almosen ausgeteilt, und die samtende und leinwandende Sargdecke wurde der Kirche zur Zierrat und die Wollende den Kirchendienern überlassen. Die der Leiche nachgeführten schönen Pferde wurden der Kirche, der Schule und dem Hospital geschenkt, jedoch nachgehend von dem Kurfürsten Johann Georg mit Gelder eingelöst. Da er ein so haushälterischer Fürst war, so hat er sicherlich ein bedeutendes Vermögen hinterlassen. Franz Hildesheim, der es am besten wissen konnte, sagte ausdrücklich, dass er seinen Erben ein sehr großes und fürstliches Vermögen hinterlassen habe, von welchem er in seinem Testamente seinen treuen Dienern und Räten ansehnliche Summen vermacht und kurz vor seinem Tode noch einige Legate für Kirchen, Schulen und zu Stipendien bestimmt hat. Er hatte ja große Summen Geldes zu 5 und 6 Prozent ausgeliehen, namentlich auch 150.000 Thaler an den Kaisern, wandte die Zinsen davon teils auf Bauten in Küstrin und in den Provinzen, teils zu Unterstützungen seiner Untertanen an, wovon die Stadt Züllichau Beweise erhalten hat. Auf den Fall der Not waren seine Magazine reichlich gefüllt. Waren gleich seine Offizianten eben nicht ansehnlich besoldet, so waren doch im Durchschnitt jährlich 284 Personen zu besolden und es ging in der Küche allein in einem Jahre 23.291 Thaler drauf. Dessen ungeachtet hinterließ er außer dem bedeutenden Gold- und Silbergeschirr und Mobilanachlass einen so großen Haufen von Dutschen, d.h. Silbergroschen, dass sie, wie die kustrinischen Bürger behaupteten, mit Scheffeln hätten gemessen werden müssen. Die Wisslinge damaliger Zeit behaupteten dagegen, es wäre nur schlechtes, reduziertes Geld gewesen, verrufene Finkenaugen und kahlköpfige Dutschen. Mit Recht musste es daher den Ständen der Neumark auffallen, dass der Kurfürst Johann George, an welchen die Neumark wieder zurückfiel, 1572 auf dem Landtage zu Küstrin an der Spree von den Ständen verlangte, dass sie eine noch zu tilgende Millionthaler auf sich nehmen sollten. Die Stände behaupteten, nicht Joachim, der Urheber der Schulden, sondern der sparsame Markgraf Hans sei bis dahin ihr Landesherr gewesen und der Festungsbau von Küstrin und Peitz habe bereits ihre Kräfte beinahe erschöpft. Auf die Vorstellung des Kanzlers Albinus kam es doch zum Ende zu dem Vergleich, dass der Kurfürst die Hälfte der Summe über sich nehmen und die andere Hälfte die Neumark tragen wolle, wofür ihr unter anderem Freiheiten auch verwilligt wurden, dass zu Küstrin eine eigene Regierung für die Provinz verbleibe. Die verwitwete Frau Markgräfin erhielt Krossen, Cottbus und Peitz zum Leibgedinge und nahm ihren Witwensitz zu Krossen, wo sie auch 1574 gestorben, ihre Leiche aber nach Küstrin zur Beisetzung gebracht wurden. Mit dieser Gemahlin führte der Markgraf ein christliches, keusches und nüchternes Leben. Sie war eine fromme und verständige Frau, welche die Heftigkeit ihres Gemahls zum mäßigen verstand. Als eine haushälterische Wirtin war sie in der ganzen Neumark unter dem Namen der Ruther Käthe bekannt. Sie ließ aus ihrer auf dem Witwenhofe, jetzt Dammzoll, angelegten Molkereien und Vorwerken zu Drewitz, Schaumburg und Neumühle durch den Kastner zu Küstrin allerhand Lebensmittel, den zum Küstrinschen Festungsbau gedenkten Arbeitsleuten verkaufen. Der Gestalt, dass das ihnen ausgezahlte Geld wieder in ihre Einnahme kam. Sie gab auf Küche und Keller selbst genau acht, versah den Silberdiener mit genauen Verzeichnissen des Silbergeschirrs und zeigte ihm, wie er damit umgehen, es reinigen und verwahren, auch was davon an Fest- und an Werktagen, wenn sie alleine gespeiset und wenn sie Fremden gehabt, gebraucht werden sollte. Durch ihre Sparsamkeit und gute Wirtschaft hatte sie ein bedeutsames Vermögen erlangt, wovon sie einen rühmlichen Gebrauch gemacht hat. Vielen Armen war sie Wohltäterin und suchte der Verarmung vorzubeugen. Ihre von ihr selbst angegebene Policen- und Armenverpflegungsordnung für ihr liebes Neudamm, wo sie sich auch 1566 während der Pest aufhielt und wo die Kirche und Hospital für ihr Geld erbauen ließ, ist recht musterhaft. In ihrem Testamente hat sie bedeutende Legate ausgesetzt für Kirchen und Hospitäler in Neudamm, Küstrin und Krossen zu Stipendien und Schulen. Dem Verweser in Krossen vermachte sie die Apotheke in Küstrin und noch 4000 Thaler, dem Günther Gottwitz 4000 Thaler und für seine Kinder 2000 Thaler, dem Hofmeister von Löwen 4000 Thaler, dem Kanzler Birkholz 400 Thaler, dem Doktor Hammel 400 Thaler, dem Doktor Wiegand 1000 Thaler, dem Doktor Hoffmann 500 Thaler und so herab an ihre Dienerschaft. Einige Legate sind aber auch bereits von dem seligen Gemahl nach der Markgräfin Tode auszuzahlen verordnet worden. Nach ihrem Tode sollte jedem Schüler ein Groschen gereicht und 20 Hausarme mit schwarzem Tuche bekleidet werden. Ein mir und wohl auch dem jetzigen Herren Kreisständen von Krossen, Züllichau und Cottbus unbekanntes Vermächtnis befindet sich ebenfalls in diesem Testamente und lautet wörtlich also, der ehrbaren Mannschaft des Herzogtums Krossen, Züllichau und Cottbus bescheiden ihr Durchlauf dero erkaufte Sandow, Neuendorf und grenzt sich mit aller Ein- und Zugehörung samt allem Vorrat an Vieh, Getreide und anderen Hausgeräte mit aller Gerechtigkeit, dass sie dasselbe erblich innehalten und ihrer genädigen, getreuen Herrschaft dabei gedenken sollen. Doch an der Gestalt nicht, dass sie sie alle dieselben Einkommen einnehmen und zu ihrer künftigen Not haben und gebrauchen sollen. Was es mit dieser Schenkung für Bewandtnis hat, liegt im Dunkeln. Unser Markgraf hinterließ nur zwei Töchter. Elisabeth vermählt mit dem Markgraf und Georg Friedrich von Ansbach und Bayreuth, welche 1578 unbeerbt in einem Dorfe bei Warschau starb und in Königsberg in Preußen begrabt war und Katharina, welche ein Jahr vor des Vaters Tode an den damaligen Erzbischof von Magdeburg nachmaligen Kurfürsten Johann Friedrich von Brandenburg ihrem Cousin vermählt wurde. Beide brachten ihrem Gemahl eine reiche Morgengabe und großes Erbe, zugleich aber auch große Tugenden zu. Namentlich war die Frau Kurfürstin ganz in die Frühstapfen ihrer haushälterischen Frau Mutter getreten. Sie war, sagte Hartung, einem Muster der Berlinerinnen und ein Gegenstand allgemeiner Hochachtung und Liebe. Sie besuchte oft die Häuser der Bürger Berlins, ließ aus der Schlossapotheke den Armen unentgeltlich Arzneien reichen und half nicht selten ihrem Gemahl in Geldverlegenheiten aus der Not. Das, was sie als junge Prinzessin in Küstrin gesehen und gelernt hatte, wollte sie als Kurfürstin in Berlin ebenfalls in Ausbeübung bringen. Sie legte daher eine eigene Kuhmelkerei an und ließ die Milch für ihre Rechnung auf dem Molkenmarkt verkaufen. Zugabe Maggrafen Johannes zu Brandenburg Verordnung, wie es mit dem Hofmeister und Türknecht im Frauenzimmer soll gehalten werden und was deren Verrichtungen sind. Der Hofmeister 1. Der Hofmeister soll aller heiligen Tage oder an den Tagen, da man sonst zu Predigen pfleget, auf unser Gemahl warten, dieselbe führen oder neben dem Türknecht und schlichtingend vor ihr hergehen. Sie in die Kirche, auch wiederum heraus bis vor ihr Zimmer begleiten, also auch zur Abend- und Morgenmahlzeit tun. Da auch unser Gemahl im Garten ginge oder gehen wollte und ihm solches ansagt, soll er in gleicher Gestalt aufwartend schuldig sein. 2. Es soll auch der Hofmeister bei seinen uns getanen Pflichten seiner Unanordnung in unserem fürstlichen Frauenzimmer gestatten und darauf gut mit Achtung geben, dass keine Unflätereien weder im Frauenzimmer noch davor getrieben werde. Und da es von den Jungen oder Alten geschehe und er die darum nicht strafen könne, soll er uns bei seiner Verwandten jetzt nicht verschweigen, damit wir uns in dem gegen denselben zu erzeigen hätten. 3. Da auch der Hofmeister einige im Winkel sitzen vermerkte, es wäre von Mägden oder anderen oder das sonst in Unrichtigkeit befunden, soll er uns und unser Gemahl solches jederzeit zuvor zu melden schuldig sein. Auch, dass kein unordentlich Geräusch oder dergleichen Scherz so mit Jungfern oder Mägden vernommen würde, nicht gestatten, sondern strafen. 4. Es soll auch keine Sauserin zu den Frauenzimmern verstattet noch nachgegeben werden. 5. So soll auch außerhalb der Mahlzeit niemand von den Mannspersonen, sie seien von Adel oder nicht, all dort zu sitzen oder zu bleiben, verstattet werden. 6. Da aber unsere Edelleute nach dem Abendmahle des Sonntags samtlich oder einigen Teils hinaufgehen und bei den Jungfern ordentlicherweise sitzen und sich bereden wollten, das mögen sie an solchem Tage bis um 8 Uhr zu tun, Macht haben. Aber daneben soll keinem einzigen Ferner zu sitzen verstattet werden. Auch soll niemand, ohne aus unserem Befehle ins Frauenzimmer zu gehen, zugelassen sein. 7. Es soll auch unsere Hofmeister daneben gute Achtung darauf geben, dass kein Abschleppen von Frauenzimmern verstattet werde. Es wäre denn, dass unser Gemahl jemanden eine Karre hinunterschickte oder von Wassern oder anders etwas etwa den Kranken übersenden würde. 8. Es soll auch unser Hofmeister nicht erlauben, dass jemand Fremdes aus der Stadt auf das Frauenzimmer laufe, in Maßen wie solches dem Türhüter nicht zu vergönnen, ernstlich befehlen lassen. Da jemand etwas wollte, der soll sich zuvor ansagen lassen. Es soll dann allemal sein Gewerbe durch einen Jungen oder Markt gehört und hinaufgebracht werden. Es wäre denn, dass etliche von Adel oder ehrliche Frauen aus der Stadt etwas begehrten, diese mögen zu solchem Beruf auf dem Windelstein vor der Jungfurtstube wegen ihres Gewerbes durch den Türknecht oder Hofmeisterin gehört werden. 9. Wenn auch gleich die von Adel auf vorbenannten Tag auf das Frauenzimmer gingen, so sollen sie doch ihre Knechte und Jungen aus dem Frauenzimmer lassen. 10. Es soll auch der Hofmeister darauf Achtung geben, dass von Silberknechten in der Stube, da wir zu essen pflegen, zu rechter Zeit gedecket und Lichte, wenn es Zeit davon ist, aufgesteckt werden und alles fein ordentlich im Frauenzimmer zugehe. Da auch in dem Frauenzimmer Fremden vorhanden, so soll er aufmerksam sein, dass solche Gemächer wohl zugereichet und die Dienste darauf ordentlich bestellet werden. 11. Und wenn in einem oder anderen Mangel vorfiele, so soll er solches seiner Verwandtenes nach uns zuvor zu melden schuldig sein oder wenn sonst was vorfiele, was er nicht verstände oder wüsste, sich bei uns weiteren Bescheid holen. 12. Zu welchen vorgesagten Punkten und Artikeln unserer Gemahl Türknecht nicht minder als der Hofmeister somit auf seine Verwandtnis und Pflicht uns verbunden sind. 어떻게 verwendet ihr, so wie gut. 18. 18. 20. 20. 21.